ja heute hier mal ein spezielles video auch mal so ganz andere kammer perspektive wie ihr von mir selten gewohnt habt aber es gab ein bisschen update für die technik habe ja noch eine ganze menge vorher an videos und da gab es ein bisschen was und das wollte ich mal ganz kurz vorstellen auch hauptsächlich ist das für mein simi lifestyle kanal der sich jetzt gerade so ein bisschen den umbruch findet sollte eigentlich schon längst was passiert sein auf diesem kanal ja ja hat alles ein bisschen länger gedauert aber wie gesagt schaut da gerne mal vorbei zu mir lifestyle gibt es den jetzt richtig geil los daumen jetzt hier auch ein bisschen anderes equipment wie gesagt würde ich natürlich auch für diesen kanal hier ein bisschen benutzen so sieht das ganze aus hier in osmo action ja teleport pro kit von jovi hier sondern handstativ sage ich jetzt mal oder auch zum hinstellen eine mini led lampe und hier noch kein zubehör und würde ich sagen brauchen wir den scheiß weg da haben wir es ja action cam wie sagt stativ hier ein kleines zeige ich gleich noch mal ganz genau wofür das ist hier die action cam wie gesagt ich habe mir fangen wir mit der externe seite so action cam hier osmo action ist jetzt schon ich glaube anderthalb jahre alt ist jetzt hier in diesem case drin nehme ich mal raus wieso jetzt eine action cam hatte da schon länger mal gespielt mit den gedanken ist wirklich ihr seht schon sehr sehr klein wie sagt 4k drei knöpfe haben vorne display das ist sehr geil ja und der akku ja also das ist eine action cam halt ja ihr kennt die der spitzenreiter ist ja immer noch hier ja ist noch mal ja ihr wisst was ich meine ja und dann kam plötzlich hier zieht die mit na ja auch mit na ja mit einer drohne nicht zieht ja dj einmal ich natürlich sorry für die versprecher mit einer action kann man nicht nicht drohnen die machen ja sonst drohnen wie gesagt aber jetzt hier mit einer action cam schön bildschirm touchscreen funktioniert alles sehr sehr gut bin von der qualität wie gesagt ist jetzt nicht der absolute burner der osmo pocket ist schon besser von der qualität aber ja wenn man was robustes haben will kommt man halt um meine action cam nicht rum und ja ich bin bisher zufrieden habe schon ein paar aufnahmen gemacht wie gesagt vom ton her ist es okay aber wie gesagt da sind noch ein paar sachen wo ich daran arbeiten muss und darum habe ich auch schon ein bisschen zubehör gekauft und zwar den job hier teleport ja stativ kann man hier oben aufschrauben die kamera dann kann man jedoch halt ausziehen hat man die drei stufen ja kann man festmachen kann man dann aufklappen und dann halt ja hinstellen ja und wie gesagt man kann den halt auch so in der hand nehmen hat noch eine schlaufe dran wirklich sehr sehr geil hochwertige material ich habe da kaufst du mal was vernünftiges hier der war jetzt auch nicht so billig waren wir jetzt glaube ich bei knapp 70 euro kostet der der ist jetzt wirklich nicht billig muss man schon sagen aber ich wollte jetzt nicht so billig scheiß nehmen weil wenn du da wirklich eine 200 euro kamera oder fast über 200 euro kamera oder equipment raum rauf stellt oder noch teurer dann sollte das schon irgendwie stabil sein und nicht einfach mal durchbrechen abfallen und denn ja wie gesagt er hat auch ein bisschen gewicht liegt liegt auch gut in der hand hochwertig wirkt da auch und mal gucken wie der so der langzeit test ist da wird sie vielleicht noch mal video geben von mir so dann habe ich festgestellt wie gesagt im dunklen ist der ist die kamera wirklich nicht so gut ja also muss eine lampe her licht und das ist hier denn so ein rolle mini led die kriegt für für 25 euro haben integrierten akku ja ich mache den hier mal an seht ihr schon haben wir hier drei helligkeit stufen die mehrere sogar warten fangen zu zählen 1 2 3 4 5 fälligkeit stufen ja seht ihr schon wie hell das ding ist wenn wir auf m drücken können wir sehen wie voll der akku noch ist ja nicht mehr voll ja ja hier usb können wir dann aufladen hier an und aus gut ist man kann die noch erweitern man hat hier überall noch anschlüsse man könnte da jetzt noch viel mehr leds machen hat und ganz normalen anschluss so denn muss sich das ganze ja natürlich jetzt hier irgendwie verbinden mit mit dem stativ ich zeige mal ganz kurz bauen wir mal hier dieses equipment auf das dann kann man naja toll jetzt fehlt hier mein müsste jetzt holen ist jetzt natürlich ein bisschen das wieder dieser beschissene vorführeffekt so haben wir das ding heran haben wir die lampe und ja normalerweise wie gesagt habe jetzt den ich hier habe ich das hier mit dran und dann schon habe ich licht kann das hinstellen ausziehen ja alles super ja wollte ich euch bloß kurz mal vorstellen so ein bisschen an der front dass da jetzt hier wie gesagt ich will ja meine qualität jetzt wieder deutlich verbessern wieder ein bisschen mehr coolere videos auch was so technisch mäßig angeht was und braucht jetzt auch fast für draußen wenn ich was draußen jetzt ein bisschen mehr drehen dafür braucht neue ausrüstung vielleicht kommt auch mit der drohne überlegt auch schon die ganze zeit beobachtet da gerade so ein bisschen den markt und ja wie gesagt wollte ich euch bloß gut zeigen wenn ihr da die links zu den ganzen sachen findet ihr und in der video beschreibung wenn ihr da was haben wollt ja dann schaut mal rein und ja in diesem sinne soll es auch gewesen sein viele versuch und dieses video bis dann ja so 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 Vielen Dank.